man sah da drei machen wir alles machen würde die kurs festlegen kann man gleich von ihr aus oder was dann machen wir das doch mal sah da drei und erforschte route geht also nicht so nee ja wie soll ich denn wie soll ich denn auch so hier müssen wir ja gar nicht hin also hatte wenn wir schon mal hier sind okay so können wir jetzt springen die haben vorhin ist doch egal wenn ich auch hier liegt hier fliegt aber noch schrott rum so aber jetzt was wird uns erwarten ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht wir 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 ihnen noch da bist du ja endlich du willst mir noch klären wir das du hast dich entschieden ich bin jetzt nicht einer einsamen folgstrategie auf oh ja mal sehen wir es läuft ja 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 Okay. Achtung! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Who's in? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 What's it in? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR es ist ein bisschen spritz sparen aber ich weiß wie die kommt sie nicht ja nix war vorsicht klumpen ja sollte ich nicht eigentlich oft auf dem planeten da oder was oder ja 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 Hallo meine Lieben, der Sumpfer wieder. So. Ich finde das Artefakt, ja. Okay. Also noch eins. Der Nangel an Pflanzen in dieser Region hat das Ökosystem auf drastische Weise beeinflusst. Aha. Wo ist denn mein Freund? Wo bist du? Das wird doch alles an, oder? Gut. Ich möchte hier gerne mal in so ein Schiff von denen reingucken, ne? Wenn ich ihn gebaut habe, haben das doch Menschen, oder nicht? Ach so, da hinten liegt der Flügel unten. Und darüber steigen die einmal ein und aus. Ich weiß nicht, wer die vorige Folge gesehen hat, haben wir drei Eisschippen, haben wir erledigt. Ach du scheiße, guck mal, wie es aussieht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Guck mal, wie es aussieht hier. Guck mal, wie es aussieht hier. Ja. Ecliptics sind das, ich dachte, das waren hier die des Boden-Personal. Wissen wir jetzt? Was ist denn hier los? Mann ey. Scheiß. Vorsicht, was für, ich bin verstaucht. Ich bin blöd, blöd aufgekommen. Ich bin blöd, 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 blöd. Ich habe ruhig dich auseinandergenommen, ne? Ist das ein Schlagfeld, oder was? Trinkpäcker dabei, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Trinkpäck. Was sind denn das für komische Spuren? Komisch, die kann man nicht blöd machen. Gucken wir was vor. Ah. Er sagt gar nichts, ich staune. Mein, 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 mein Philosoph. Ist das hier richtig? Ey. Wir sind so viele, ich weiß sie gar nicht mehr. Alle hast du, oder nicht? Das Essen? Schmudelwasser, sehr schön. Ich glaube, so was könnte ich eher gebrauchen. Let's go. Ich seh nix. Ich seh nix. Uh. Ach. Heftig. Töö, weil der Kanzel, der hat ja nicht so, der hat ja nichts genützt. Was war denn hier los? Und da soll ich alleine rein? Boah. Sieht der Vorhinein weiter.